Ui Oh, ein Diamant Was gibt's denn sonst hier noch? Oh, aha, interessant Ich kann aber nichts anklicken Vielleicht ist ja ganz unten irgendwas Ich hab Angst, was ist hier? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Hilfe! Ich glaub, ich soll hier lieber weggehen Ja, willkommen zurück zu Fanzi gegen Zombies Frag mich nicht, was das grad war Ja, wir fangen wieder an Wieder an Wir fangen jetzt weiter an Und werden wahrscheinlich das vierte Level kommen Ich wollte das nur kurz zeigen, weil das Geschaltet ist Die Folge, finde ich Ich wollte es kurz zeigen, war ganz cool, denke ich So, aber jetzt haben wir hier Irgendwelche Idioten Die will man ganz schnell hier aus dem Weg schaffen Würde ich mal sagen So, was bräuchten wir noch? Den da und den da Oh, was, wir haben den Zunderholz Letztens bekommen Den könnten wir doch mal ausprobieren Würde ich sagen Dafür nehmen wir den dann weg Ob das passt? Können wir mal versuchen Wir suchen mal was Neues Vor allem, weil das Spiel ja auch nicht wirklich schwer ist Ja, wir kommen zurück Zu Franzi gegen Zombies Jetzt noch zum zweiten Mal Ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe Ich sage jetzt nochmal Bin wenig gehypt auf das Spiel Weil ich nicht genau weiß, wie lange das dauert Das Spiel Und ich weiß auch nicht genau, was es noch dazu kommt Wenn ich ehrlich bin Also ich weiß Eine Sache, aber mehr weiß ich halt auch nicht Ich weiß auch Also ich glaube, man kann dann gleich Diesen Ort hier, wo wir gerade sind Auch in dunklen Spielen Also danach Dann mit den Pilzen Und dann kann man irgendwie auch Wasserpilze oder so bekommen Ich bin mir aber nicht sicher Ich glaube, wahrscheinlich Eh nur mit dem Müll Das vertraut nicht, warum Was ist da? Das könnte Bullshit sein Ja So Wir haben hier diesmal wieder zwei Wellen Zwei große Wellen Und hier noch neben den Start Was ich einfach schon verhalten Weißt du, was ich so verhalten soll Kann kein Deutsch Oh, da unten kommt einer Gib mir so'nen Energie Sonst sterbe ich hier Und das will ich nicht Nein, nein, nein Ich habe es schon eine Weile nicht mehr gespielt Das Spiel habe ich ja gemerkt Weil ich habe ja letztens mein Pokémon Let's Play durchgemacht Und dann habe ich jetzt noch mal neu Deswegen schattet Und ich dachte mir so Ja, ziehe ich das vor Falls geht es noch nie Ich habe es so gut Aber wir machen das So wie ich das meine Da wollte ich nicht hin So, wir können aber Ich würde sagen Die können wir nochmal hier überall rein Weil die sind eigentlich mega cool Diese Dinger Ich weiß noch nicht Wie viele wir von denen benutzen können Also ich benutze sie so auf der Zeit Ich weiß nicht Was für ein Cooler Und die haben Nein, Killing doch Killing Das gibt doch nicht Killing Hallo Verdammt Verdammt Das gibt es doch nicht Geht auch schon nicht durch So Was habe ich denn da jetzt wieder verschissen Oh nein Oh nein Nein Das ist doch nicht gut Das schneit gut, Leute Ich sag's euch Das schneit gut Das ist nicht Gar nicht gut Mann Alter Dürfe die Zombies doch endlich mal Hier kannst du mal futtern Okay Dann setzen wir hier nochmal ein paar hin Denk ich Und dann können wir hier Das Holz hinpacken Das zu unter Holz Oder wie auch immer das heißt Setzen wir da mal einen hin Warum noch nicht Jetzt kommt da Oh Mann Wir machen das anders Hier komm her mal kleiner Nee, komm mal her Okay, tun leid So Geht mal her Hier Oh Das Holz können wir schon mal benutzen Dann tue ich das doch mal Pflanzen wir das doch einfach mal Hier hin Und setzen wir da nochmal eine Walnuss hin Dann können wir da vielleicht Noch so einen hinpacken Warum nicht Ich weiß es nicht Ich hab halt nicht wirklich viele hier dabei Aber jetzt kommt die erste große Welle Oh, ich bin gespannt Wir werden wahrscheinlich heute ins neue Gebiet kommen Bin ich mir Ziemlich sicher Bin wir aber nicht Und davon sind sicher Aber ziemlich sicher Sonst packen wir hier nochmal überall ein paar hin Ich sehe das auch schon Das macht sehr, sehr viel Schaden Soweit ich weiß Leider gibt es keinen Verbrennungseffekt Das wäre natürlich noch mega nice Wenn das, wenn es so gäbe Aber Ist leider nicht Oh nein, das ist der Delfin Delfin Nein, 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 komm her Bam, da können wir richtig Masse Kohli Einfach verdient Nein, 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 nein Schubbam Was hat gar nicht Noch einer, ehrlich Really Wieso Was ist denn das so weit Ja, ähm Jetzt komm mal her, du So Ja, tut mir leid dafür Das war jetzt Fail von mir Also ein mega fail von mir Das war jetzt nicht geplant Alter, was soll ich denn da machen Ich mach es so Wie, der springt rüber Nee, nee, du Nee, du Bam Nicht mit mir Noch einer Also jetzt reicht's Ja, komm Der springt rüber Was ist das denn für einer Den killen wir da jetzt Aber Den müssen wir jetzt aber killen, Alter Das gibt's doch nicht Der springt dafür rüber Der kleine Der Gut Help Noch einer Hier Ich spring da rüber Du lässt mich in Ruhe Und du Und du es wachst Dann gibt's aufs Maul hier Bam Was ist das Was muss ich denn da machen, ey Halt no joke Was soll ich denn jetzt hier machen Ich versuch mal ein Bestes Dass er irgendwie hier da stirbt Aber Die kommen so schnell wieder neu Ich hab da noch keine Chance So, schlubbt er jetzt zumindest Ja, er schlubbt zumindest Okay Alles klar Boah, ich war grad ein bisschen Bedrängnis So, jetzt gibt's hier Feuer Und am Hintern Falls ihr's wagt Hier rüber zu kommen Dann gibt's eine kleine Überraschung Für euch Also Ich würd's nicht wagen Ne, ich ihr wert Da war ich hier nochmal weg Da war ich ja doch so ein Feuerheben Manchmal gleich auch nochmal ein Feuer hin Man, was so Nein Hier fehlt Hier fehlt so einer Nein Das fällt mir gerade erst auf No Nein Was soll denn das Aber ist das schon die letzte Welle War's echt Kommt mir irgendwie so kurz vor Weiß nicht Ist das euer Ernst Wie viel wollt ihr denn kauen, Alter? Nom 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 Bäm Kopf ab Pech gehabt Rappimmel Bammel Bumm 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 So, jetzt sind's Laun Und wir kriegen Oh, nice Oh, wir kriegen die bessere Walnuss Und Money natürlich auch Hochwalnuss Massive Mauer Die nicht übersprungen werden kann Yay Die haben wir nämlich nötig Und die ist Kostet zwar Ich glaub das ist doppelte oder so Aber das ist es wert Das kann ich euch sagen Das ist meiner Meinung nach wert Leider guckt der nicht so cute wie der Aber Damit müssen wir ein Leben Das ist aber jetzt auch egal So Ähm Hm 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 Oh, da ist so einer Deshalb brauchen wir das Ich weiß nicht warum ich das vorhin genommen hab Das war irgendwie dumm von mir Hm Ja, dann brauchen wir das auf jeden Fall Äh Passt das so? Hui Ja Wir versuchen's Oh, da kostet sogar wenig mehr als doppelte Ui Das ist aber teuer Trotzdem stört das uns nicht Wir werden gewinnen Auch ohne Ich glaube Persönlich Es gibt insgesamt sechs Level Also insgesamt drei verschiedene Orte Und dann nochmal alles in der Nacht Aber ich weiß es nicht Ich Hume ich nicht drauf Ich will nicht sagen Ja, das ist so Wir werden's einfach sehen Ich halte meine Klappe So Ähm So, jetzt gibt's hier aufs Maul Best Sound Effects ever Ich weiß Drei Wellen Hui Jui Das geht aber lange dann Brains Ja, ich hab dich da unten schon gesehen Hä? Hab ich nicht genug? So Man kann auch gedrückt halten Oder einfach einmal drücken Und dann so drücken Wie man Bock hat Guck mal, wie spielt die Info Ich weiß Aber am Ende muss man trotzdem nochmal drücken Merke ich gerade Ja, okay Also bisher Meine Lieblingsmusik aus dem Spiel ist bisher diese hier Die ist sehr nice Kommt noch einer Den machen wir hier platt Wenn der ist Wagt Und so kommt Ja man Dann ist er platt Blöd So Gib mal hier Ein Energieplitz da Okay Kommt hier nochmal in der Sonne Hier nochmal ein Blatt Ja, ich wollte schon sagen Hier oder am besten noch einmal einen hin Bevor da einer kommt Kommt auch schon einer Dann können wir hier gleich mal noch solche hinpacken Ich bin ein sehr großer Herr von dem Zunderholz Wer ich bin Oh Gott So Gib mir mal genug Sonnenenergie Damit ich alles hier aufbauen kann Hätte fast wieder das Spiel nochmal gestartet Aus irgendeinem Grund Ja, gut Also ich bin gerade auf das Icon auf meinem Desktop gekommen Vom Spiel her Ach komm, jetzt ich sterben Kommt der eine Abstand Ja, ich wollte schon sagen Ich wollte schon sagen Wie lange überlebt ihr denn Die Sonne existiert halt auch noch Ich könnte sie halt so gesehen auch benutzen Nice So, ja, aber jetzt Jetzt gibt's hier da unten Schutz Und Brennholz Auch noch Machen wir hier hin Kommt hier schon Feuer unter mir hin Was willst du denn Was willst du denn jetzt schon wieder Geh du weg Komm, geh weg Okay, jetzt ist mir wenig zu viel Alles los Versuch mal hier ein bisschen klar zu kommen So, was könnte ich jetzt als nächstes machen So, dann können wir noch pflanzen Ich glaube, das machen wir auch hier Zack Noch Brennholz Auch noch hier So, dann ist noch mal ein paar von denen Die Beipflanzen So, ich glaube, das passt ganz gut Oh, die erste Welle Und da haben wir nochmal den Ich weiß, den glaube ich niemals ändern Also, man kann den halt ändern So gesehen, ja Aber ich lass das so Ich weiß, das ist ganz lustig Ganz okay Warum nicht? So, falls jemand wagt hinzukommen Dann gibt's Stress So Dann gibt's hier nochmal was Und dann können wir am besten Hier nochmal so einen Film pflanzen Ich glaube, das ist ganz gut Brennholz Hier nochmal Brennholz Oder war, glaube ich, Geld, oder? Oh, Mist Da wurde der weggenommen Ey, was nascht du da? Lass ihn mal in Ruhe, ey Gibt's ja auch Smallman, ey Seht ihr, habt ihr gesehen? Der kann doch nicht rüberspringen Haha So, dann pflanzen wir da nochmal hin damit Auch wirklich niemand durchkommt Hier nochmal sowas Oh, nein Nein Nicht du Hier, lass deinen Delfin da liegen Alter, nee, du Wieso denn? Oh Gott, ich hoffe, die töten den noch schnell Weil der ist mega schnell, hab ich das Gefühl Ja, die schaffen's okay Gut Zum Glück Packe ich jetzt hier nochmal einen hin Von denen hier Komm Beeil dich Oh, ich hab ich verguckt Oh, ich hab mich verguckt Egal Ist okay Die schaffen den, denke ich auch, oder? Wenn wir Glück haben, schaffen die den auch Zack Hier noch Brennholz Und dann gibt's hier nochmal solche Was haben die denn davor? Hier, guck dir die durch Ja Das ist mein Great Wall Ja, ich hab keine Chance Gegen meine Great Wall Okay Yes Ah, okay Jetzt haben wir eine wirkliche Wand, alter Ja, neu Ja, guck mal, Mann Brennholz Und dann so ein noch Ah, jetzt fehlt einfach da noch einer Das hab ich vergessen Und es gab doch schon die zweite Welle Also ich hoffe, ich schaffe es heute Also Wir werden auf jeden Fall das Boss Level noch sehen Das kann ich euch sagen Was wir einfach wahrscheinlich euch durchmachen Aber auch wenn das erste Level der nächsten Das nächste Also die erste Welle des nächsten Levels zu machen Ja, wie immer Das kann ich euch noch nicht sagen Oh, jetzt können wir money farmen hier Gib mal her, jo Ja, droppt man will die money Dankeschön Oh, guckt euch das an Puh Zuck Na, nice, nice Du, du Du, du Du, du, du Bams Das ist alles offen Ich krieg echt viel money hier, hab ich das Gefühl Das ist nice Beschwerden kann man sich da Äh, äh Oh, liebe Oh, hier Oh, hier Oh, hier Oh, hier Was mach ich denn da So Ach stimmt, die müsste ich ja auch noch hier überall pflanzen Weil jetzt gleich kommt der Typ, ja Das merke ich M-m-m-m-m-fällt mir grad auf So Das merke ich gerade Immer Immer erst mal auf die Dings gehen Auf die goldenen Coins Danach die sind aber dabei Die goldenen sind viel mehr wert Komm schnell Nein Jetzt aber Bams Ja Komm Nice 5000 Jetzt können wir uns gleich was kaufen Leute Oh nein, die gehen kaputt dabei Aber jetzt haben wir noch einen Das heißt, hast du keine Chance gegen mich BAM Aha Oh, schau mal den an Der ist voll kaputt, ey Der Arme Jetzt kommt da hin Und ich will da Wollt nix ab So, aber jetzt Okay Nein, mein Brennholz Noo, Brennholz Oh Gott Oh Gott Was ist denn hier los Es geht mal gar nicht, was hier abgeht Die fressen den ja richtig auf Seht ihr das? Hm, lecker Ne, ich seh schon Einer steckt da in der Wand fest Oh, der weint Seht ihr, der weint? Also das geht mal gar nicht Das geht echt gar nicht So, das mache ich ein Multikill Ich weiß, ob es geht Aber ich versuche uns mal BAM Yes Multikill geht so Ich gucke mal, wie viele wir haben Und wir kriegen einen Brief Schon wieder Hallo Wir haben von deiner Poolparty gehört Finden wir lustig Wir kommen rüber Ja, tschüss, die Zombies Jo, Mann Mal ne Poolparty hier Oh Gott Oh Gott Was ist denn da alles los? Mit Party war wohl nicht zu scherzen, ne? Jetzt gibt's aber richtig Auf die Birne, mein Vorfeld Ich setze hier alle Meine Attacken ein Die ich besitze Hm, 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 hm So, jetzt machen wir da noch einen hin Und geben wir mal irgendwas, was noch mal nach oben Ja, aber so Können wir sterben hier? Der macht alles kaputt, mein Und hier, die schweige ich mir auch für gleich Das wäre jetzt vielleicht ein wenig dumm, wenn ich die jetzt einfach so einsetzen würde Denke ich So, haben wir die Reihe schon mal voll mit solchen Packen wir hier nochmal so einen hin Uh Also die spare ich mir auf, falls so ein Dingstypie kommt Glaube ich, so, ja Ey, könnte ich mal aufhören zu naschen Ehrlich, Mann Das ist echt nicht cool So Bam Dann kannst du jetzt da auch nochmal naschen Oh, das kommt so einer Oh, nee, du Ja, dann machen wir da nochmal einen hin Oh, yes Ja, Mann Schaut euch das mal an Wie viel Feuer, Feuer, Feuer Stein, Stein, Stein Okay, tut mir nicht Lustig, so Äh Okay, der wird schon sterben Das habe ich Ah, ich weiß nicht Das will ich noch nicht verwenden Komm, ich setze jetzt mal einen hin Jalapeno Komm Down Ey, guckt euch mal an, wie viel geschossen würde Ey, das ist ja mega krass Da oben ist auch nochmal Feuer Ich würde sagen, hier machen wir nochmal überall so ein paar hin Damit sie hier sterben, weil die können ja nicht kaputt machen Und nicht kaputt beißen oder so Das geht ja nicht bei denen So, jetzt haben wir alles voll Nur noch hier in der Mitte Obwohl, da brauchen wir die gar nicht mehr, ich gerade Krieg da nichts So Feuerholz Ich gehe noch an, außer die Ich weiß es jetzt nicht Ich meine, natürlich nützlich zu wissen Aber ich bin mir da nicht sicher Money Okay Oh nein, ist ja gerade jemand getauft Ich glaube, der taucht gerade hier mal Kommt der hier gleich rüber Oder kann das sein Bin mir jetzt nicht sicher Aber ich glaube, es geht auch so Ich glaube, es geht auch solche Zombies So So Great Wall Ist gleich fertig Komm, wir machen jetzt hier alles voll Und hier die Feuerholz Boah, das ist richtig, richtig krass hier Ja, man Ja, nice Ui, ja, wir schaffen die neue Ebene gleich nicht mehr Zu kundschaften Aber wir werden gleich sehen, was Unsere in den nächsten Folgen Also auf uns wartet Soll ich mal So, ich setze mal irgendwo noch ein paar hin Weil ich weiß, was ich mit dem machen So, ich hab zu viel Brennholz Ja, man Ey, ich kann die nicht benutzen Die Dinger Die Dinger Ich sitze hier mal einfach überall hier hin Ich hab hier genug Mama Ja, komm, wir machen da einfach mal hin Auch wenn es mir nicht Verschwendung ist Ich sag halt so Okay Was bringt das eigentlich, wenn ich hier nochmal so ein Feuerholz hab Ist das dann stärker? Ich würde die mal aufsparen Weiß ich nicht Weil ich bin mir da jetzt echt nicht sicher Wie das alles funktioniert so Oh no Okay, wir haben eine Wall Das bin ich nice Oh, hier geschossen wird Ich komm gar nicht mehr hinterher Nee, nee, du Hier nicht Alright Wer ist hier ein Delfin? Nee, komm schon gar nicht durch hier Ich will mal jemanden sehen, der hier durchkommt Hier, hier durchkomm Hier nochmal Hier, hier gibt es so ein Feuerholz Und dann machen wir den da weg Damit wir dann gleich nochmal so ein Feuerholz haben können Kriegen wir bei Nomi grad nicht Oder? Jetzt? Nee, noch so ein Blatt Brauchen wir nicht Oh Gott Oh Gott Hilfe Was ist hier los? Ich komm ja gar nicht mehr hinterher, ey Holz Okay, nice Du gehst sterben Gut Super Versuch irgendwas zu pflanzen Irgendwas Zu schaffen Oh, das war das zwar Fail Ich weiß gar nicht, was hier abgeht Hilfe Ich hab Angst, Mama Oh, nice Oh, der ist schon fast kaputt Nicht so, nicht so gut Okay Alles klar Was zum Nein Du Trottel Was ist hier los? Ich schütze mir das Spiel Aber so lag Gleich was Aber ich glaube, ich könnte es anfangen zu lagern Weil so viel ist los Ich weiß es nicht Oder gleich schütze ich mal PC ab Nee, nee Machen Spaß Alter, ich hab so viele Sachen Bei mir Ich kann hier nichts Wirklich Insetzen Oder Machen Was? Achso Oh, leuch Ich hätte das Bei mir Das wollte ich gar nicht Ja, jetzt hab ich alles voll Jetzt Aber wir haben es geschafft Ui Ui Wir kriegen dafür Ja So wie ich dachte Ein Wasserpilz Heißt auch so? Nee Meerpilz Okay, fast Wasserpflanze Die über kurze Entfernung Sporen verschießt Und wie es weitergeht Das werden wir dann In der nächsten Folge sehen Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Dann würde ich mich Und eine positive Bewertung freuen Abonnieren werde ich Gar nicht schnell steuern Könnt ihr Nämlich die Glocke klicken Und dann wisst ihr Bescheid Weil ich nichts vorgeuchlade Und ich sage Haut rein Leute Schönen Tag noch Haut rein Und tschau Leute tampoco Leute Vlog Auf Wiedersehen Vielen Dank.